Das echte Nordlicht, kunterbuntes aus dem Norden, der Podcast, Betrachtung, Aufreisen, im Gespräch. Von und mit Heiko Janusz. Unterstützt von www.musicfox.com. GEMA-freie Musik, kostenlos. Konzeption, Text und Realisation, das echte Nordlicht. Am Mikrofon Heiko Janusz. Moin! Unser heutiges Thema, die aktuelle Krise. Ein Zeichen einer höherdimensionalen Entwicklung. Was ist eine Krise? Der Ursprung des Wortes liegt im Griechischen und bedeutet so viel wie Meinung, Beurteilung und Entscheidung. Das altgriechische Verb krinein bedeutet trennen und unterscheiden. Und darum geht es in einer Krise. Nichts anderes erleben wir seit mehr als zweieinhalb Jahren. Aus geisteswissenschaftlicher Sicht können wir diese Krise als Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit begreifen. Ein Thema, welches uns schon bei Star Wars, Herr der Ringe oder Harry Potter begegnet ist. Nur dass wir es jetzt in der realen Welt erleben. Sowohl Rudolf Steiner als auch der niederländische Arzt, Sozialökonom und Anthroposoph Bernhard Liefkoth sprechen von höheren Mächten aus der geistigen Welt und von dort ausgehenden Veränderungen, die wir als Menschen so einfach nicht steuern können. Wir Menschen sind geistige Wesen und nicht nur Materie. Dieser Gedankenansatz kann helfen, die aktuellen Zustände und Entwicklungen ganzheitlich zu erfassen und zu begreifen und daraus Lösungen abzuleiten. Und ja, die dunkle Seite der Macht existiert wirklich. Genauso wie es die Lichteseite, die guten und die Lichtkrieger gibt. Die aktuelle Krise bedeutet für jeden, Entscheidungen zu treffen. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt, dass Beziehungen, Freundschaften und Familien auseinandergebrochen sind. Oftmals gab es noch nicht einmal ein konkretes Ereignis dafür und dennoch ist es geschehen. Was also passiert hier auf der Erde und wie ist es zu erklären? Wir stehen in einem Veränderungsprozess, der uns, die alle einen freien Willen haben, dazu auffordert, eine Entscheidung zu treffen. Das ist die Chance einer Krise, dieser Krise, zu erkennen, dass wir an einem Scheideweg stehen, hin zu einer neuen Zukunft. Das bedeutet, diese Krise als Chance, als wichtigen persönlichen Entwicklungsschritt zu sehen. Nicht die alte Normalität, das Gewohnte, sondern etwas Neues, Anderes, was den Menschen als Schöpferwesen wieder in den Mittelpunkt stellt. Diese Entscheidung trifft immer jeder für sich. Bleibe ich bei der Ankündigung eines schweren Gewitters im Regen stehen? Oder kümmere ich mich darum, einen Platz zu bauen, an dem ich sicher und geschützt bin? Die Krise fordert mich auf, ins Tun und in die Handlung zu kommen und nicht passiv zu bleiben. Krisen – gesteuerte Maßnahmen zur Angsterzeugung und Manipulation? Vieles, was heute als Krise bezeichnet wird, ist eine bewusste mediale Angstmache. Texte, Bilder und Kommentare in den Medien schüren Ängste und Sorgen. In dem Krisenszenarien aufgebaut werden. Menschen, die damit in Resonanz gehen, fühlen sich unsicher und sie reagieren panisch. Sie sind außer sich. Sie sind nicht mehr bei sich. Nicht mehr in ihrer Mitte. Im gewissen Sinne haltlos und somit manipulierbar. Angst ist kein guter Ratgeber, war es noch nie. Weil aus Angst zu handeln, falsche Entscheidungen hervorruft. Wer in seiner Mitte ist und die äußeren Aktivitäten in der Welt beobachtet und nicht mehr bewertet, kommt besser mit künstlich gemachten Krisen zurecht. Warum jetzt schon Angst haben, wenn der Sturm erst in zwei Wochen kommt? Wir wissen aktuell nicht, was noch passieren wird. Die Medien wollen uns vorgeben, was wir zu glauben haben und setzen wie üblich auf Angst. Aber Dinge, die in der Zukunft liegen, die es noch gar nicht gibt, haben noch gar keine Auswirkung auf uns. Es sei denn, wir denken diese Szenarien weiter und steigern uns da hinein. Diese negativen Gedanken und Ängste werden in das morphogenetische Feld vermittelt. In dieses kollektive geistige Feld, über das der Biologe Rupert Sheldrake forscht und schreibt. Und ja, dann ist Angst im Feld, Sorge, vielleicht sogar Panik als kollektiver Tatbestand. Wenn ich mir ausmale, dass der Winter bitter kalt wird, wir kein Gas, kein Öl, kein Strom und keine Lebensmittel haben, dass es Entlassungswellen geben wird, weitere pandemische Aktivitäten, Krieg in Europa, Mord und Totschlag, dann, ja, was ist dann? Denkt ein Großteil der Menschen so, wird es gemäß des Resonanzgesetzes wohl auch genauso kommen. Ein ängstliches Hineinsteigern in so eine Krisensituation erzeugt einen Zustand, der schädlich ist. Beurteilen ohne zu bewerten. Ein Weg der Gelassenheit. Der Psychologe und Mediator Marshall B. Rosenberg spricht in der gewaltfreien Kommunikation immer von Beobachten ohne zu bewerten. Das heißt, wir nehmen eine Metaposition ein, sind Beobachter der Dinge und somit nicht mehr direkt beteiligt. Dadurch bauen wir eine Distanz zu den Ereignissen auf und sind in der Lage, aktiv, bewusst und gelassen zu agieren. Wir sind nicht Spielball der Mächtigen im Weltenozean, sondern wir bleiben handlungsfähig. In unserer Mitte und somit nicht manipulierbar. Zugegebenermaßen ist das nicht leicht, da der aktuelle Druck, der durch das bestehende System auf die Menschen ausgeübt wird, enorm hoch ist. Ein wichtiger Weg ist es, Nein zu sagen. Auch das ist ein schwieriger Schritt, weil wir das erst lernen müssen. Auch muss der Mut da sein, Nein aus tiefster innerer Überzeugung zu sagen und dabei auch zu bleiben. Souverän als Mensch zu agieren, ist ebenfalls eine aktuelle Aufgabe. Dies zu lernen bietet diese weltumspannende Krise, da es mittlerweile überall in der Gesellschaft Situationen gibt, wo das Nein unabdingbar geworden ist. Sogar gegen die Regierung und deren Machenschaften scheint ein Nein mehr als sinnvoll zu sein. Wie kommen wir durch diese Weltenkrise, die unsere Grundwerte bis ins Mark erschüttern und uns in eine völlig andere Welt, nämlich die unipolare Weltordnung, hineinkatapultieren will? Bleiben wir in unserer Mitte. Halten wir bewusst Abstand von multimedialen Massenmanipulationen und Propagandeeinflüssen, sprich schalten wir einfach den Fernseher aus. Besinnen wir uns auf das Wesentliche im Leben und lösen uns von äußeren und vermeintlich wichtigen Dingen. Beginnen wir uns von Gewohnheiten, die uns Jahrzehnte vertraut waren, zu lösen oder zumindest an diesen nicht mehr anzuhaften. Konzentrieren wir uns auf die Dinge, die jetzt wichtig sind, um unsere Handlungsfähigkeit zu erhalten. Vernetzen wir uns vor Ort mit Menschen, die ähnlich denken, damit wir uns gegenseitig in Engpasssituationen helfen können. Legen wir Vorräte an und bereiten wir uns gedanklich und mental vor. Aber all das aus der beobachtenden Gelassenheit heraus und nicht aus Angst. Und befassen wir uns mit erbaulichen und lichten Dingen, um energetisch hoch zu schwingen. Die Erkenntnis des Menschen als Schöpferwesen. Die Verantwortung liegt immer bei uns. Dieses ganze Vorgehen hat natürlich etwas mit Erkenntnis zu tun und der Gewissheit, dass uns als Schöpferwesen nichts passieren kann. Nennen wir es Vertrauen ins Leben. Im Sinne von, es wird für mich gesorgt, wenn ich mich darauf einlasse. Und damit meine ich nicht, dass einer kommt und mir die Verantwortung für mein Leben und mein Dasein abnimmt. Es geht um eine geistige innere Anbindung an das Leben. Peter Denk, der die aktuellen Ereignisse in der Welt sowohl aus weltlicher als auch aus geistig-spiritueller Sicht betrachtet, spricht hier in dieser Weltenkrise, in der wir uns aktuell befinden, ganz klar von Gottvertrauen. Wem das zu klerikal ist, der sage einfach Vertrauen ins Leben oder Vertrauen ins Universum. Was das dann am Ende bedeutet, muss jeder für sich in diesen krisenbehafteten Zeiten selbst herausfinden und im Sinne der Krisenbewältigung eine Entscheidung treffen.